Leute, es ist nun passiert, wir haben jetzt gerade in unserem Bitcoin Chart bereits ein Golden Cross gebildet. Was es für Auswirkungen haben wird, werde ich in diesem Video ganz genau und detailliert erklären. Aber ich hatte ja bereits schon mal gesagt, nach unserem letzten Golden Cross hatte wir wirklich einen sehr, sehr starken Preisanstieg. Wir sind hier mit dem Preis nach unserem letzten Golden Cross ungefähr 600 bis 700 Prozent hochgegangen. Und was wird jetzt in den nächsten Stunden mit dem Bitcoin Preis passieren? Wie gesagt, ganz genau und detailliert in diesem Video. Deshalb würde ich euch vorschlagen, dass ihr dieses Video unbedingt bis zum Ende anschaut. Und wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. Denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau dann erhaltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin Chart passiert. Und weiterhin könnt ihr euch sicher sein, dass sie immer, aber wirklich immer up to date bleibt. Vielen Dank Leute, wir starten nun direkt mit unserem Bitcoin Tageschart. Leute, wir können hier an dieser Stelle klipp und klar erkennen, es ist nun passiert. Wir haben in unserem Bitcoin Chart ein neues Golden Cross gebildet. Hier unser 50er MA hat nun unser 200er MA gekreuzt. Das bedeutet nun, dass unser kurzfristiger Preistrend, hier unser 50er MA, im Vergleich zu unserem langfristigen Preistrend bullish geworden ist. Nun haben wir auf Short Term betrachtet eine bullische Situation in unserem Bitcoin Chart. Und möglicherweise ist dies der neue Start für einen neuen Bull im Markt. Wenn wir nun einmal davon ausgehen, dass wir einen ähnlichen Preisanstieg wie hier an dieser Stelle erleben können, wäre dies wirklich eine sehr, sehr positive Information, die wir jetzt aus diesem Bitcoin Chart entnehmen. Denn wenn dieser Fall zutreffen sollte, können wir uns sicher sein, dass wir dieses Jahr noch die 100.000 in unserem Bitcoin Chart sehen werden. Aber nicht nur das Leute, wir haben weiterhin andere spannende Neuigkeiten jetzt gerade in unserem Bitcoin Chart. Und zwar haben wir es nun geschafft mit unserer aktuellen Tageskerze hier, diesen schwarz gekennzeichneten Widerstand hinter uns zu lassen. Bereits einige Male in meinen Videos hatte ich ja gesagt, dass dieser schwarze Widerstand ein sehr, sehr wichtiger Widerstand sein wird. Und wenn wir erstmal diesen Widerstand hinter uns lassen können, dass ich dann einen ziemlich bullischen Preisanstieg erwarte. Nun haben wir als nächstes hier diesen nächsten Widerstand ebenfalls gekennzeichnet in schwarz. Aktuell würde dieser Widerstand bei in etwa 53.500 Dollar liegen, wenn wir diesen Widerstand erst einmal hinter uns gelassen haben. Wäre dann meiner Meinung nach ein neues Oldtime High wirklich in greifbare Nähe gerückt. Und auch hier in unserem FIP Retracement Tool haben wir eine sehr, sehr spannende Information, die wir hier aus diesem Chart gewinnen können. Und zwar befinden wir uns jetzt gerade oberhalb von unserem FIP Level 0.5. Auch dies ist ein sehr, sehr positives Signal für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Unbedingt sollten wir den aktuell laufenden Tag oberhalb von unserem 0.5er FIP Level abschließen. Das heißt oberhalb von 47.100 Dollar. Wenn dieser Ausbruch hier erfolgreich sein sollte, wäre dann unser nächstes sehr, sehr bullisches und wichtigstes FIP Level 0.618. Welches ungefähr bei einem Preis von 51.300 Dollar liegt dann als nächstes dran. Wir wissen ja bereits, dass unsere letzte Begegnung mit unserem FIP Level 0.618 nicht wirklich gut verlaufen ist. Sondern wir sind hier kurzfristig über unser FIP Level 0.618 drüber gegangen. Wurden dann allerdings nach einer kurzen Weile erneut rejected. Und haben dann einen sehr, sehr starken Crash nach unten erlebt. Und auch hier in meinem Lieblingsindikator, in unserem RSI EMA Indikator, sieht es jetzt gerade sehr, sehr bullish aus. Die gelbe Linie ist erneut oberhalb von der grünen Linie. Was so viel bedeutet wie, dass wir aktuell mit einem weiteren Preisanstieg rechnen dürfen. Außerdem ist es sehr, sehr positiv für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin, dass wir es hier geschafft haben, die zentralen Pivot Punkte zu halten. Wenn wir es nicht geschafft hätten, hätten wir davon ausgehen müssen, dass wir hier erneut diesen ersten Support von diesem CPA Indikator antesten müssen. Bevor wir dann erneut mit dem Bitcoin Preis hätten nach oben gehen können. Aber da wir es geschafft haben, hier die zentralen Pivot Punkte zu halten, können wir nun von einem gegenteiligen Geschehen ausgehen. Denn nun können wir davon ausgehen, dass wir mit dem Bitcoin Preis zumindest bis zu unserem ersten Widerstand hier aus diesem CPA Indikator gehen werden. Dieser erste Widerstand liegt übrigens bei 52.700 Dollar. Leute, wie ich bereits in meinen letzten zwei Videos erwähnt hatte, haben wir hier in unserem Bitcoin 4 Stunden Chart einen Descending Channel gehabt. Aus diesem Descending Channel sind wir glücklicherweise nach oben hin ausgebrochen, was so viel bedeutet wie, dass der Markt aktuell sehr bullish ist. Ebenfalls in unserem 1 Stunden Chart haben wir jetzt gerade ein sehr, sehr spannendes Pattern. Und zwar bildet sich hier gerade ein Rising Wedge. Ein Rising Wedge ist in der Theorie kein bullishes Pattern. Allerdings können wir jetzt gerade erkennen, dass Bitcoin versucht hier aus diesem Rising Wedge nach oben auszubrechen. Meiner Meinung nach sollte es jetzt aktuell möglich sein, dass wir mit dem Bitcoin Preis weiter nach oben gehen. Denn die technischen Gegebenheiten, die ich hier aus dem Chart entnehmen kann, sind aktuell wirklich sehr, sehr bullish. Am bullishsten finde ich unser Golden Cross, was jetzt vor einigen Stunden in unserem Bitcoin Chart passiert ist. Vielen Dank Leute, das war es von mir für dieses Video. Ich werde euch natürlich weiterhin up to date halten, hier über meine verschiedenen Social Media Channels. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, wenn ihr mir folgen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Ich persönlich würde mich sehr darüber freuen und ihr hättet zusätzlich die Möglichkeit, euch immer up to date zu halten. Vielen Dank Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. So könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau dann erhaltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin Chart passiert. Und außerdem könnt ihr euch sicher sein, dass ihr immer von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye Bye.